Guten Abend und herzlich willkommen auf Klagemauer TV. Für 10 Jahre hat den Demolischen amerikanischer Präsident George W. Bush an einer Aussprache und der amerikanische Volk für drei Länder gewarnt, dem Irak, dem Iran und Nordkorea. Später sind er nach Kuba, Libyen und Syrien dabei gekommen. Als die sogenannten Axiom Basin dürfen das Länder von Diktatoren beherrschen, die den Terrorismus exportieren und zudem nukleare Waffen produzieren, Daraufhin hat sich die USA-Materialien regelrecht gezwungen gefehlt, das Länder zu isolieren und zu dämonisieren, an dem sie sich militärisch angemischt haben. All Kais haben sie der Wessel vom Regime unterstützt, wir können an diese Länder auch noch Führer und Spitze setzen, die sich dem wirtschaftlichen und politischen Diktat von Washington unterwerfen. So war wir frei für den Petrolskonzerne, Petrolsreserven am Irak und Libyen auszubeuten. Mit dem von der USA angestiefelten Tod von Gaddafi werden wir frei den Terror auch noch die Vergriff auf Syrien zu verstärken. Hier geht es nicht um einen humanitären Krieg mit dem Kontroll über die Großpatrols und Gasreserven. Und darüber raus geht es auch darum, die menschlichen Verbündeten vom Iran auszuschalten. Wen gehört hier wirklich zu der sogenannten Achse von Besern? Das war es für heute von Klagemauer TV. Wenn auch dir ein Klo gegen die öffentliche Medien heute, dann könnt ihr dabei es erreichen auf www.klagemauer.tv. Wir wünschen euch noch eine schöne Neuwind.